Das Herd ziemlich ist auch gefährlich. Jetzt gab es Donnerstag bei Hof eine große Kontrolle, 80 Lkw, dann konnten danach fünf gleich stehen bleiben, durften nicht weiterfahren. Zwei hatten manipulierte Fahrtenschreiber. Jetzt weiß ich nicht, das ist doch eigentlich auch eine Hilfe, so eine Kontrolle, weil viele Fahrer sagen, das ist lästig, Schikane. Ja, viele Fahrer haben da ein sehr gestörtes Verhältnis zur Polizei, fangen da dran auf zu schimpfen. Die Gesetze sind eigentlich auch zu meinem Schutz. Und diese zwei oder fünf, die da aus dem Verkehr gezogen wurden, sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Es ist normalerweise so, bei so Großkontrollen, bei drei Viertel der Lkw gibt es irgendwas zu beanstanden. Flächendeckend. Das muss für Polizisten auch ziemlich frustrierend sein. Die Kontrolldichte ist zu niedrig. Die Gesetze sind auch zu meinem Schutz da. Die schützen Sie zum Teil auch vor Ihrem Chef? Ja, die schützen mich vor meinem Chef. Was ich gerne hätte, wäre, dass wie bei Steuersündern in Deutschland gibt, Straffreiheit bei Selbstanzeige. Wie gerne hätte ich oft die Polizei angerufen und mich selbst aus dem Verkehr gezogen. Weil Ihre Reifen abgefahren sind? Nee, weil ich zu lange unterwegs bin. So nach dem Motto, bitte kontrolliert mich mal und legt mich mal still. Das heißt, Straffreiheit für den Fahrer bei Selbstanzeige, das wäre eine ganz tolle Sache, wo man sofort mehr Sicherheit schaffen könnte. Aber noch immer ist es tatsächlich so, wer sich weigert, Arbeitszeit zu überziehen, kann ganz schnell fliegen. Richtig. Oder überladen zu fahren, mit schlechten Reifen zu fahren. Es gibt dann immer so Grenzen. Jeder muss die für sich selber setzen. Wo ich dann sage, also das mache ich nun wirklich nicht mehr mit. Aber es ist immer wieder so eine Abwägung. Und ich kann einfach davon ausgehen, wenn ich nein sage, kann ich gleich sagen, gib mir meine Papiere. Für mich ist das gelaufen. Und es gibt jemanden, der sie ersetzt und auch für 1000 oder 1300 brutto. Besonders fies fand ich in dem Buch die Geschichte mit dem permanenten Urlaubsschein. Das war mir gar nicht klar. Der Spediteur stellt denen fast vor jeder Tour aus, dass sie zuvor im Urlaub waren, ausgeruht sind und dadurch auch in ihrer ersten Arbeitswoche, stimmt natürlich nicht, diese 56 Stunden Lenkzeit fahren können. Das ist ein Unding, oder? Ich habe die teilweise sogar zwei, drei pro Woche gekriegt und dadurch hatte ich noch nicht mal ein Wochenende, konnte dann gerade mal in einem durcharbeiten. Das ist auch nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, das ist hochkriminell. Aber Sie haben auch mitgespielt. Sie haben den Urlaubsschein genommen und vorgezeigt bei einer Kontrolle. Ich muss die letzten 28 Tage Arbeitszeit nachweisen und das wird damit dann halt ausgehebelt. Und das Ganze kann der Chef, der Spediteur jedes Mal blanko selber schreiben und ihnen mitgeben. Das ist ein Formular, das ist gesetzlich genau festgelegt, sieht hochoffiziell aus, aber der Spediteur kann es selber ausstellen. Und der Polizist kriegt dann bei einer Kontrolle zigmal einen Urlaubsschein gezeigt, aus dem zu lesen ist, der Fahrer hat bis gestern Urlaub gehabt, alle haben sie Urlaub gehabt. Der kann sich vielleicht auch seinen Teil denken. Was die dann oft machen, die Polizisten, ist, die durchsuchen meine Kabine und wenn die irgendwas finden, dass ich letzte Woche doch unterwegs war, dann bin ich dran. Deswegen war das auch mit den Aufzeichnungen alles etwas schwierig. Die musste ich dann, ich habe die im Laptop irgendwie in so einem versteckten Ordner gehabt. Ansonsten wäre das gar nicht möglich gewesen. Ich habe sie halt nicht unterschrieben und ich hätte auch, wenn ein Polizist mal ganz genau nachgefragt hätte, hätte ich ihm die Wahrheit gesagt. Es hat mal einer nachgefragt, warum hast du das nicht unterschrieben, habe ich gesagt, das ist auf Holländisch, ich kann kein Holländisch, ich unterschreibe doch nichts, wo ich nicht weiß, was drinsteht. Ich wusste genau, was drinsteht. Aber Fahren am Limit und Beschiss gehört zum System und hält alles so am Laufen, wie es läuft. Ja, nun muss ich aber dazu sagen, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren. Es hat sich in den letzten Jahren viel getan. Die Zahl der weißen Schafe hat enorm zugenommen, ist inzwischen vielleicht, ja sogar sicherlich die Mehrheit. Aber die Zahl der schwarzen Schafe ist noch viel zu, viel zu hoch. Meine Kollegin Theresa Lay hat sich mal umgehört am Rand von München auf einem Großparkplatz, wo die Lastwagen stehen und ihre Ruhezeiten, ja, abstehen, kann man sagen. Ich weiß nicht, wie weit man da ausspannen kann. Und sie hat das Mikrofon mal hochgehalten in die Fahrerkabinen und gefragt, wie denken denn die Fahrer über ihre Arbeit? Erstens mal fahre ich ja ein Auto, zweitens mal kommt man überall rum, viele Länder, aber es ist nicht jeden sein Job. Teilweise drei, vier Wochen unterwegs. Man ist viel auf der Landstraße, das sieht viel, kommt mit vielen Leuten zusammen, das ist eben das Positiv dabei. Früher hat es Spaß gemacht, heute macht es keinen Spaß mehr. Verkehr zugenommen, 100 Prozent und kein Parkplatz, Vorschriften und alles hat es erkennt, alles ist schlimmer geworden. Ich denke mal, das war bei uns Familientradition schon. Mein Vater ist damals hier fahren und ich mache das schon über 30 Jahre jetzt. Früher war es mal vielleicht so ein bisschen Freiheit auf der Straße, aber ich denke mal, das ist alles den Bach runtergegangen. Manche kommen hier, wenn man es so sieht, manchmal mit 20, 23, die denken dann, naja, okay, fahren wir mal eine Runde und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, aber sind wohl viele enttäuscht von diesem Job. Wenig zu Hause, wenig Schlaf und anstrengend. Tja, viel Kritik, ein bisschen Stolz auch noch dabei und ein Rest von Freiheit und Abenteuer. Sind nicht alle todunglücklich, die da jetzt Lastwagen fahren heute. Gucken Sie mal an so Raststätten und Autohöfen, Sie werden kaum welche unter 35 finden. Da wächst nicht viel nach. Der Führerschein wird immer teurer, aufwendiger zu machen. Was die Leute dafür geboten kriegen, wird immer weniger. Die meisten Fahrer sind so ab 35, 40 an aufwärts. Man könnte sagen, die kommen da auch nicht mehr raus aus der Kapitel. Das sind schwere sozialisierbar. Wer das mal einmal gemacht hat, tut sich natürlich auch schwer mit so einem 8-Stunden-Bürotag. Außerdem ist vielleicht das ganze soziale Umfeld schon weggebrochen. Sie schreiben an der Stelle, die meisten sind sozial verwahrlost. Nicht die meisten, ich will nicht übertreiben, aber doch, das kommt durchaus häufig vor, viele ja. Und ich wollte noch zu einem Aspekt was sagen. Der eine Kollege sagte eben, man kommt viel rum. Wer jetzt also München-Augsburg-Linienverkehr fährt und dann komme ich da hin und ich sage, ich komme gerade von Andalusien, dann denkt der Kollege an Flamenco, Stierkampf und sonst was. Und wenn der Kollege, der von Andalusien kommt, so ein kleiner Angeber ist, dann lässt er den auch in dem Glauben. Nur von Flamenco und Stierkampf hat der nichts gesehen. Ich lerne die Länder sehr gut kennen. Besser als wenn ich fünf Tage in der Türkei bin, lerne ich mehr von der Türkei als in drei Wochen Badeurlaub in Antalya. Aber Flamenco und Stierkampf oder in der Türkei die Sehenswürdigkeiten, die kriege ich nicht zu sehen. Ich kriege den Alltag zu sehen. Und Sie haben gesagt, Sie versuchen sich zu erden, indem Sie Musik hören, während Sie durchs Land fahren. Nicht nur. Und es draußen vorbeifliegt. Hörbücher mit Autoren. Ich bin ja zum Hörbuch-Junkie in dem Job geworden. Hörbücher mit Autoren von den jeweiligen Ländern. Die Musik aus den Ländern und noch das Essen aus den Ländern. Viel mehr bleibt nicht. Aber um mich wenigstens ein Minimum zu erden, wo ich halt gerade bin. Damit Sie für die sechs Stunden Bulgarien das Gefühl haben, auch wirklich dort zu sein. Was ich kaum glauben konnte, noch eine Kleinigkeit eigentlich. Nebenbei nur erwähnt, das Navi im Lkw, das Werkzeug, der Kühlschrank, die Handschuhe, die Taschenlampe, der Backschisch für die Zöllner, Grenzer, Polizisten. Zahlt der Fahrer? Das wird nicht vom Chef gestellt, mitgegeben. Nee, da herrscht irgendwie so ein Verständnis von einem Chef so nach Manchester-Kapitalismus. Das muss ich selber stellen und ohne das komme ich aber nicht voran. Ich muss auch das Backschisch zahlen. Sonst würde ich heute noch an der ukrainischen Grenze stehen. Von Ihrem Lohn? Ja, dafür gibt es ja keine Quittung, also kriege ich davon nichts wieder. Jochen Diekmann war lange Berufskraftfahrer. Da hat er 200.000 Kilometer im Jahr zurückgelegt. Und es gab mal ein Jahr, da waren Sie wie viele Tage in der Kabine? Da hatte ich 15 Tage Urlaub und darüber hinaus noch drei Nächte in meinem Bett geschlafen. Das heißt, 335 oder 338 Tage in diesem Jahr habe ich in dieser Blechkiste gewohnt. Hotel Volvo All Inclusive. Da brauche ich Sie nicht fragen nach Bindungen, Partnerinnen, Kindern. Das geht praktisch nicht. Es gibt Familienväter, die diesen Job machen müssen, aber die sehen ihre Kinder nicht groß werden. Es gehen Ehen kaputt während der Zeit. Für mich ist auch, als ich das in den 80er Jahren als Jobber gemacht habe, habe ich die Erfahrung gemacht, ein halbes Jahr können sie weg sein. Und danach bricht ganz schnell das soziale Umfeld so ziemlich nach und nach weg. Und dann ist man wirklich lonesam on the road. Ich habe, um mir da noch ein bisschen was aufrecht zu erhalten, habe ich immer mal gesehen, dass ich Internetcafés ansteuere und per E-Mail mit meinem anderen Leben noch in Kontakt bleibe. Und ich hatte 15, glaube ich, 15 Handychips, marokkanische, ukrainische Telefonnummer, Englisch. Ich hätte mir mal so eine Angebervisitenkarte machen sollen. Ich habe einfach ganz viel telefoniert in der Zeit. Dann gehen wir mal zu den Ursprüngen, und zwar Ihrer Familie. Geboren im September 59 in Bielefeld. Die Eltern Apotheker, liest sich gut bürgerlich. Und Sie meinten im Vorgespräch, ja, aber meine Mama, Jahrgang 26, war und ist Nationalsozialistin. Ja, die steht ganz, ganz rechts außen. Also es waren nicht sechs, sondern drei Millionen Juden erzählt und diesen ganzen Unsinn. Und die meisten in den KZs waren Zigeuner und Schwule. Und da sei es ja berechtigt. Also wirklich so richtig, richtig krass. Wenn meine eigene Mutter sowas nicht bis heute erzählen würde, wüsste ich gar nicht, dass es sowas heute noch gibt. Und sie lebt noch, ist 85. Und vielleicht liegt da auch schon der Keim, wir kommen später noch hin, zu Ihrer Aktivität für Bürgerinitiative Wackersdorf zum Beispiel. Stell dir mal vor, das erklärt auch eine gewisse Renitenz dann irgendwann. Naja, bis ich 14 war, habe ich die Sachen selber sogar noch verinnerlicht und kann mich nur freuen und stolz darauf sein, dass ich da noch die Kurve gekriegt habe, mich da von dem ganzen Rotz zu befreien. Und das ging natürlich über ein gewisses Anti-Ding auch. Allerdings gegen Atomkraft bin ich auch bis heute. Und nach Fukushima wahrscheinlich noch mehr. Ach, das ist so bitter, Recht zu behalten. Wie gern hätten wir Unrecht gehabt in dem, was wir 86 in Wackersdorf in unsere Flugblätter reingeschrieben haben. Und ich bin zwar keine Physikerin wie Frau Merkel, aber...